So, den Pole Position Club, den kauft man sich natürlich, wenn man auch hier Geld dazu verdienen will. Und um hier das zu erreichen, freizuschalten, dass man regelmäßig Einnahmen hält vom Pole Position Club, da muss man folgendes tun. Man geht rein in den Club und geht in eins der Hinterzimmer und muss darin 500 Dollar ausgeben. Was einfach nachzuvollziehen ist, also man geht da hinten rein, sucht sich einen Raum aus, der tatsächlich geöffnet ist, sag ich mal, weil der ist ja auch offen, aber hier passiert nichts. Aber im vorderen Raum, da ist dann eine nette Frau, die für den Tommy ein bisschen tanzt. Und das macht man so lange, bis man 500 Dollar rausgeschmissen hat, kann man oben rechts verfolgen, einfach ausrechnen, wann hat man 500 Dollar verloren. Und wenn man das gemacht hat, oder wenn man zufrieden ist, je nachdem, dann steht man auf, bekommt erstmal einen fetten Grafik-Glitch-Buck und Pole Position Club in Betrieb und dann bis zu 4000 Dollar bekommt man und damit zählt das auch zur Story und alle sind glücklich.